Ich bin's, Marcel Heller. Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein. Ich habe den Verein letztes Jahr, obwohl ich in Augsburg war, komplett weiterverfolgt. Ich habe mir viele Spiele angeschaut und jetzt bin ich sehr glücklich, wieder ein Teil dieses Vereins zu sein, die Lille auf der Brust zu haben und freue mich schon auf das erste Spiel zu Hause am Bälle mit euch als fantastische Fans im Rücken.